Ich fick die beide, Bruder. Walla, ich hol die mir beide, Bruder. Hättest du mir das gesagt? Ich wär in die gleiche Nacht dahin gefahren, ich hätt die gefickt. Walla, wir sind arme Schlucker, alle. Was geht ab? Wir versuchen hier, die Mieten einzutreiben für unsere Mütter, alle. Walla, und dann beleidigen die unsere Familie, Bruder. Dann beleidigen die einen Verstorbenen, Bruder. Für den du nächtelang die Hälfte deines Lebens geweint hast. Walla, weißt du, was für Nachrichten ich kriege? Walla, wenn ich in Dortmund bin, dass die mich umbringen, dass ich tot bin. Die wollen mich jeder für mich abstechen. Walla, weißt du, wie ich mich fühle? Ich gebe jetzt Amir und Ali Hakim 24 Stunden Zeit, sich zu der Sache zu äußern, beziehungsweise dazu zu stehen. Gut, dass ihr so brav wart und meiner Aufforderung nachgekommen seid. Denn das Peinlichste war sogar, dass meine eigene Mutter von meiner Familie aus Holland und Belgien angerufen wurde und die dann noch sozusagen meinten, ey, warum wird unser verstorbener Onkel beleidigt, dies, das? Und meine Mutter war dann noch so ehrenvoll und sagt, das sind nur kleine Kinder im Internet, dies, das? Die hat euch sogar noch in Schutz genommen und wegen euch habe ich mich ein bisschen mit meiner Mutter gestritten, damit ich dieses komplette Telefonat nicht zeige. Walla, ihr habt einfach so krass Glück gerade. Und subhanallah, guckt mal, was ich vor einem Jahr bereits zu diesem Thema in einem YouTube-Video gesagt habe. Wer sich über Tote lustig macht, ist ein Hurensohn, eine Missgeburt, ein Bastard, eine Fotze. Der soll meinen Kanal deabonnieren, sich verpissen. Für sowas mache ich gar keinen Humor. Die beiden Hand in Hand pissenden Suemr tun sich die ganze Zeit mit der Wahrheit schwer. Wollt ihr jetzt aus der ganzen Sache so ein Ravensburger Puzzle machen, oder was? Wenn ja, kein Problem, ich kann gerne die ersten Puzzleteile legen. Ich schwor auf Koran, Yunus meinte mal zu mir, dass wenn sein Kanal nicht mehr läuft, er sein wahres Gesicht zeigen wird. Und komischerweise lief der Kanal auch nicht mehr so, kurz vor dem Abo-Special. Wolltet ihr also bewusst mit mir beef, ihr kleinen Fame-Bitches? Ich zeige euch jetzt mal, wie dieser süße Junge in Wirklichkeit so drauf ist. Und ach ja, Yunus, vielleicht solltest du demnächst mal mit mehr Gehirnmasse rumlaufen, anstatt mit so einem riesen Teddybär. Und ich wette sogar, dass der Teddybär mehr Stoff im Kopf hat als du. Okay, wir zeigen das Video, Zeigen, Säck, am Moment. Ey, Jungs, komm zu uns, Jungs. Ey, ich hab auch was kaputt, Mann. Ey, geh ruhig, stopp, Alter. Wow, du bist ja in Wirklichkeit viel cooler als in deinen YouTube-Videos. Das hab ich jetzt extra gezeigt, damit du zu Hause von deinem Vater Schläge bekommst. Weil dein Vater ist immerhin ein absoluter Ehrenmann, der hat mich sogar angerufen und sich bei mir für deine Scheiße entschuldigt. Sei froh, dass du so einen korrekten Vater hast, der versucht, für dich irgendwelche Sachen zu klären. Ich hab leider keinen Vater mehr, der für mich irgendetwas klären kann. Und jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die sich viele Leute auf YouTube stellen. Dies ist die minus 5 Euro und 62 Cent Frage, sind Yunus und Ali Semmels? Richtig, alle Antworten sind falsch. Yunus hat mir nämlich damals geschrieben, dass die diese Rolle nur wegen dem Geld spielen. Jetzt kommen wir mal zu seinem Statement-Video, in dem der eine Sache zugibt, nämlich, dass er Ali meine Nummer gegeben hat. Und dazu sagt er noch folgendes. Okay, wenn ihr vermutet, dass ich das bin, dann sagt Yunus, sagt Yunus, aber sagt doch nicht Amiri. Guck mal, sowas trifft doch auch meine Familie. Meine Familie kommt zu mir und sagt mir, alter Yunus, Mann, was ist denn das, Alter? Warum sagen die Amiris? Motto, ich hab jetzt den Namen seiner Familie in den Dreck gezogen. Junge, was hat deine Familie damit zu tun, wenn du eine Nummer einfach so weitergibst? Deine Familie tut mir sogar leid. Und wenn hier jemand etwas in den Dreck gezogen hat, dann du den Namen meines Vaters. Junge, in diesem Telefonat ist nur eine einzige Stimme die ganze Zeit. Bitte nimm mir einen Grund, warum du gesagt hast diese vier Personen. Da war nicht nur eine Stimme. Ich hab euch nämlich schon wieder in eine Falle gelockt. Ich hab zwar in meinem Video gesagt, dass ich auf meinem Zweitkanal das komplette anonyme Telefonat hochgeladen habe. Was aber gar nicht stimmt, das war nämlich nicht das komplette Telefonat. Ich habe eine wesentliche Szene rausgeschnitten. Nämlich genau die Szene, in der man sieht, dass eine andere Person an den Hörer geht und mich ebenfalls beleidigt. Gebt euch einfach mal. Der Vater war immer ein Hurensohn und bleibt auch ein Hurensohn. Der verpickte Hurensohn. ABK, ich bin Backofen. Tja, Younes und Ali, ich wollte einfach nur eure Ehrlichkeit auf den Prüfstand stellen, weil ich eigentlich immer an das Gute im Menschen glaube. Aber ihr habt mich beide einfach dermaßen enttäuscht. Mir tut's mega leid, dass es so gekommen ist. Das war die Sache mit ABK. Ich hab mit der Sache wirklich nichts zu tun. Und Leute, denkt mal jetzt bitte logisch nach. Younes, Ali und die private Nummer haben mich im Minutentakt angerufen. Daran fällt doch schon auf, dass die alle an einem Tisch saßen und das Ganze ein abgekatertes Spiel von den beiden war. Sogar in Afrika hat man die beiden erwischt. Wenn ihr Fotos macht oder wenn ihr... Sogar Pinkel geht hier zusammen. Aber komischerweise, als dieser Anruf passiert ist, wart ihr nicht zusammen. Du weißt nicht, ob Ali da angerufen hat. Also wenn Ali da ABK angerufen hätte, hätte er dir nicht Bescheid gesagt. Hey, Younes, ich hab ABK verarscht und so. Schon ekelhaft, wie du versuchst, die ganze Schulter auf deinen Freund zu schieben und nur deinen eigenen Arsch denkst. Aber ist auch richtig so, weil dein Freund ist ein richtiger Bastard. Und jetzt verlangst du aber trotzdem noch allen Ernstes von mir, dass ich irgendwie deinen Namen gerade biege. Junge, bin ich irgendwie ein Hundebesitzer, der jetzt deine Scheiße wegmacht? Dein Freund muss deinen Namen wieder gerade biegen. Niemand kann mich da aufhalten. Ist mir egal, wie viele Hates ich kriegen werde. Ich werd niemals davon aufhalten. Denkt ihr so ne paar Daumen runter, zieh mich runter, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab mein Timo. Punkt aus Ende, Alter. Ach du scheißt auf den Hate. Wollen wir mal gucken, wie der liebe Younes hinter den Kulissen drauf war, nachdem er von der ABK-Army gebehbert wurde. Ich weiß nicht mehr, was ich mehr machen soll. Mein Kopf, alles ist kaputt bei mir. Brüder, einfach so von einem auf den anderen Tag ist alles weg. Weißt du, was ich mein? Du Sonnti, Alter. Alles ist weg, mein Leben. Junge, du bist kein 40-jähriger Mann, der gerade von seiner Frau verlassen wurde, die mit den Kindern abgehauen ist. Junge, du hast gerade nur ein paar Dislikes und D-Abos gemacht. Schirr mal, Junge, das Video ist nicht dein Leben. Weißt du, was dein Leben ist, du Spasti? Dein Vater, der dich supportet. Deine Geschwister, deine Mutter, die dir wahrscheinlich noch jeden Morgen dein Bett macht. Dein voller Kühlschrank. Die Tatsache, dass du gesund bist. Dass du mit deinen eigenen Füßen zur Schule gehen kannst. Das ist dein Leben, du Spasti und nicht dieses Internet. Du bleibst meinen toten Vater und ich muss dich jetzt noch daran erinnern, was das wahre Leben ist. Merkel hat 20.000 Flüchtlinge reingelassen und schiebt nicht mal zu Filme, wie du wegen ein paar Dislikes. Aber daran merkt man einfach, wie famegeil du bist. Dieser ganze Fame verändert den Menschen, genauso wie mir das Amix gesagt hat. Das ist der Typ, der mich damals auf YouTube gepusht hat. Guckt euch sein Video an, wie der darüber redet. Der ist selber abgeturnt von dieser Scheißwelt. Sei mal froh, dass ich dir gerade hier was beibringe, damit du nicht in Zukunft weitere Nummern weitergibst und irgendwelche toten Väter beleidigst. Weil der mir so leid tat, habe ich ihm dann 10 Minuten Zeit gegeben, mir die Wahrheit zu sagen. Und guck mal, wie der drauf war. Jetzt hier, sag einfach, willst du mir die Wahrheit sagen? Ja oder nein? Guck mal, ey, kann ich dich genau in 5 Minuten wieder anrufen? Sag jetzt. Genau in 5 Minuten, bravo, ich bin nicht kurz zu einem freien Kopf kriegen. Sag jetzt. Das hat nichts mit freien Kopf zu tun, sag es mir jetzt. Dann hast du eine freie Seele, du hast die Wahrheit gesagt. Dann machst du nichts falsch im Leben. Leute, seid mal ganz ehrlich. Wenn ihr wisst, dass ihr mit einer Sache gar nichts zu tun habt und euch gerade in einem Moment Unrecht getan wird, dann reagiert doch jeder Mensch ganz anders. Jeder von uns macht dann diese Das ist normal, wenn einem Unrecht getan wird, dann fängt man an, ein bisschen lauter zu werden, ein bisschen seine Meinung durchzusetzen für die Wahrheit. Aber anhand seines Verhaltens können wir doch sehen, dass er gerade irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Und wenn er ein schlechtes Gewissen hat, dann hat er mit dieser Sache auch etwas zu tun. Deswegen hat er mich auch einen Tag nach dem Telefonat gefragt, ob sich mein Verdacht bestätigt hat. Jetzt kommen wir mal zu Ali Hakims Statement Video. Ey, ich fick mein Leben, Digga. Wenn ich diese Fresse sehe, ich könnte doch... Wie ich schon mitbekommen habe, kriege ich pro Video 8000 Dislikes und ich wurde angerufen und bedroht, dass sie mich töten wollen. Ich habe da Verbot. Ich habe Hamburg Verbot, Dortmund Verbot. Das ist doch keine Ahnung, wie viel Verbot. Und ich kann dir 100% garantieren, ey WKD, dieses Video, was du gemacht hast, wirklich, ne, das hat meinen kompletten YouTube-Kanal zerstört. Ich habe wirklich tagtäglich geweint. Ich habe hier zwei Tage lang durchgeweint mit Yunus. Ja, Junge, das ist doch nicht meine Schuld, sondern ihr mit eurer ehrenlosen Aktion. Mein Beile, dass dein Vater gestorben ist, denn ich wusste es auch erst seit zwei Monaten. Hör mal bitte auf mit deinem geheuchelten Beile, weil ich sehe direkt, wie ernst du das meinst mit deiner Autoscooter-Musik im Hintergrund, als wären wir gerade hier auf so einer Kürmisch. Und außerdem, was laberst du davon weg? Du wusstest das erst seit zwei Monaten. Du hast schon vor einem Jahr dich über den Tod meines Vaters lustig gemacht. Du wusstest das sogar vor allen anderen. Denn wäre mein toter Vater gestorben, ich, ganz ehrlich, ne, ich will jetzt nicht asozial rüberkommen, aber ich würde zu dir persönlich hinfahren und alles mit dir machen, was ich bis jetzt noch nie in deinem Leben gesehen habe. Ich habe leider kein Auto, um dich zu besuchen. ABK Army hat mich einfach zu Tode beleidigt. Natürlich haben die auch Tote von meiner Familie beleidigt, die haben meinen toten Opa beleidigt. Und das hat mich wirklich heftig gekillt. Mein toter Opa war ein ein und alles für mich. Genau wie dein toter Vater. Das hat mich wirklich nochmal richtig heftig zerstört. Das hat nochmal richtig draufgelegt, auf mein komplettes Herz. Denn mein Opa ist jetzt vor dreieinhalb Jahren gestorben, Digga. Ihr seht, ich war noch nie mein Leben so vor der Kamera und das ist 100% nicht gespielt. Ich schwöre sogar vom tiefsten Herzen mein Beileid, aber weißt du was? Mein Opa ist auch gestorben. Komischerweise sagte die anonyme Stimme am Telefon auch etwas von Opa. Hört mal hin. Das ist dein Opa. Dein Opa lebt noch. Ich sag dir eine Sache, aber dein Vater nicht mehr. Walla, dann willst du einmal Gefühle vorspielen und verrät es dich direkt. Subhanallah. Es gibt auf YouTube noch so einen Ali, nur der Unterschied ist, dass dieser Ali diesen Ali gebehbert hat. Weil guckt mal, was der in seinem Video herausgefunden hat. Bis ich diesen Punkt gefunden hab, so den Punkt so, wo... Wenn du mir den Intro gemacht hast, Dankeschön an dir. Wenn du mir den Intro gemacht hast, Dankeschön an dir. Bruder, ich weiß ganz genau, du willst es nicht, dass ich dich Bruder nenne, aber Bruder, wenn du sagst, vermutlich, oder sonst was, oder wenn du es nicht zu 100% weißt, warum schießst du dann ein Video gegen mich? Du meintest ja auch in deinem Video, die Jungs haben mich auch zwischendurch die ganze Zeit angerufen bei den anonymen Anrufen. Da waren ja anonymen Anrufen, da kamen wir zwischendurch. Und das war wirklich Zufall. Wirklich, dass jemand so einen Zufall treffen kann. Das war so ein heftiger Zufall. Das ist einfach nur Schicksal, wirklich richtig heftig. Die Amiris waren das nicht und ich war es auch zu 100% nicht. Du elende kleine Blenderfotze, die Amiris haben dich gerade verraten. Hier, der Bruder von Jonas sagt mir, dass du das warst. Und Jonas selber sagt mir sogar, dass du das warst. Und jetzt streitet euch, weil der eine den anderen gerade für ein bisschen Fame verkauft. In Schala geht eure Freundschaft kaputt. Und Leute, Wunder, ich lasse bald aus. Ich bekomme vorhin wieder so einen Anruf von einer mir nicht bekannten Nummer. Auf einmal gehe ich WhatsApp, gucke, ich kriege Sprachnachrichten. Ist das einfach Ali Haki mit seinen neuen Nummern? Was geht ab, Baby, Kali? Auf jeden Fall. Erstmal, guten Tag. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, was ist eigentlich mit der Sache wegen deinem toten Vater und so weiter. Auf jeden Fall, ich würde noch mal kurz mit dir darüber reden. Am Telefon oder sonst was, weil ich muss sicher ein paar Sachen zu sagen. Der will jetzt Motto mit mir was klären, nachdem er ihn im Grunde und Boden beleidigt hat. Junge, was willst du von mir? Du hast doch gerade schon dein Statement rausgehauen und angeblich schon die Wahrheit gesagt. Was für klären! Klären würde heißen, dass es zwischen uns beiden ein Missverständnis gibt. Aber das ist nicht so. Du hast nämlich einfach meinen toten Vater beleidigt, das ist Fakt. Und Jonas hat es schon zugegeben. Also halt einfach deine Schnauze und bete, dass dir meine Armee gnädig ist. Leute, ich schwöre euch, ich hasse diese Fame-Welt so unnormal. Ganz ehrlich, ich mache seit 10 Jahren YouTube, setze mich dann einmal vor die Kamera und denke mir, komm, meine Abonnenten haben das Recht darauf zu erfahren, was mein Leben geprägt hat. Und vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die ich mit so einem Video motivieren könnte. Dann unterdrücke ich meine Tränen, rede über den Tod meines Vaters. Und was passiert? Dann kommen so ehrenlose, ekelhafte Laternenköpfe an und meinen, mich damit angreifen zu müssen. Und wäre ich so ein famegeiler Hurensohn, hätte ich dieses Vater-Video von mir schon vor meinen 100.000 Abonnenten gemacht, um diese Zahl natürlich schneller zu erreichen. Aber mich juckt diese ganze Kacke nicht. Ich schwöre auf Koran. Wenn ich die Schulden meiner Familie abbezahlt habe, meiner Mutter eine Wohnung im Hauke gekauft habe und die Inshallah die Pilgerfahrt bezahlt habe, dann lösche ich meinen YouTube-Kanal freiwillig. Ich mache dann sogar noch ein Abschiedsvideo, wo ich euch live zeige, wie ich meinen Kanal lösche. Und ich will jetzt nicht wie ein undankbarer Hund rüberkommen, aber ich habe einfach gemerkt, dass diese Fame-Welt für mich nichts ist. Ich kann mich mit diesen Leuten nicht identifizieren. Ich kann mich mit diesen ganzen Klickzahlen und sonst einer Scheiße nicht identifizieren. Ich bin sogar so einer, ich schwöre, ich schäme mich, wenn ich an einem Mädchen vorbeilaufe, die mich kennt, weil ich mir dann immer im Kopf denke, boah, die Arme, die denkt sich gerade bestimmt, ah, der hat so ein bisschen Likes, ein bisschen Fame, der schreibt bestimmt mit voll vielen Weibern. Dann denken die direkt, ich bin so ein ekelhafter Fuckboy, weil diese ganzen Fame-Huren-Sünde so etwas immer ausnutzen. Und jetzt noch an Yunus und Ali. Ihr habt das Ganze angefangen. Deswegen ruft mich jetzt nicht tausendmal an. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, dann stellt euch vor eine Kamera, macht das vor allen Leuten und nicht irgendwie hinter dem Rücken der Zuschauer. Und noch mein Tipp an euch, löscht eure verlogenen Statement-Videos, stellt euch zu zweit vor eine Kamera, sagt die Wahrheit und sagt mir, warum ihr das gemacht habt und entschuldigt euch bei mir. Und du, Yunus, geh zu deinem Vater, weil der korrekt ist und küsst seine Stirn, weil dank dem bin ich noch korrekt geblieben und hofft, dass meine Armee dann vielleicht genetisch ist. Muss ich denen auch noch hier Videotipps geben.